Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Darum alle stimmet ein in den Jubelton, denn es kommt das Licht der Welt von des Vaters Thron. Einen wunderschönen guten Tag zu diesem wundervollen Infovideo hier. Winterpause. Auch dieses Jahr steht ein Winterpäuschen an Zwischödejahr, wie man bei uns sagt. Deswegen wollte ich euch informieren, wie das alles abläuft. Jetzt kommt aber der absolute Oberknaller-Überburner, mit dem niemand gerechnet hätte. Ich mach gar nicht wirklich eine Winterpause. Zumindest keine vollständige. Nennen wir es eher mal einen Winterschlaf. Es wird aber trotzdem Videos geben. Es gab ja allgemein schon richtig viele im Dezember, also falls euch irgendwie starke Verlustängste plagen sollten, dann bitte ich euch einfach nochmal ein bisschen in den Adventskalender reinzuklicken. Aber viele von euch werden sich wahrscheinlich für Gaming, Let's Plays und Mario Maker interessieren, weil das diesen Monat ja etwas zu kurz kam. Und für die hab ich eine gute Nachricht, nämlich, dass zumindest noch drei weitere kurze Videos kommen werden. Und zwar jeden zweiten Tag, am 28.12., am 30.12. und am 01.01. gibt es jeweils sogenannte Mario Maker Häppchen. Das werden wirklich nur Häppchen sein. Ich erklär's dann in den Videos nochmal genau, wie das Konzept aussieht. Also stellt euch da wirklich eher auf so Geschichten im 3- bis 6-Minuten-Bereich ein, aber eben schnell dazwischen geschobene Happen, damit ihr nicht komplett verhungert. Und dann spätestens am 04.01.2020 bin ich wieder voll für euch da und werde auch wieder reguläre Videos, wie zum Beispiel das Mario Maker Zuschauerprojekt und so weiter und so fort, für euch produzieren. Ich hoffe, ihr hattet bisher ein schönes Weihnachtsfest. Das Video hier kommt ja am zweiten Weihnachtsfeiertag online, am 26.12.2019. Ich hoffe, ihr wurdet reich beschenkt und freut euch jetzt schon auf Silvester. Ich wünsche euch noch einen guten Rutsch und vielen lieben Dank fürs Dabeisein, was dieses Jahr auf meinem tollen YouTube-Kanal hier angeht. Ich bin an der Stelle jetzt raus und singe euch wieder raus mit diesem schönen Lied. Fröhliche Weihnacht überall, tönest du die Lüfte vor der Schall.